Hallo Freunde und willkommen zurück beim Hörenmal-Podcast. Äh, heute sind wir, falls du das Video siehst, etwas in einer anderen Location. Wir sind nämlich in der Stube. Ah, mein Hände vibriert. Stopp. Ich muss kurz, äh, das ist kein guter Start. Aber ich lasse das jetzt einfach so, weil ich keine Lust habe, um hier 100 Mal neu zu anfangen. Das hier wird nämlich jetzt eine sehr ehrliche Folge. Ähm, ich bin richtig lost im Moment. Kennt ihr das, wenn man einfach so eine Phase hat, wo irgendwie einfach... Man fühlt sich einfach nicht wohl. Und alles, also man ist so... Also, okay, wieso... Ich fühle immer so mehr... Ich erzähle jetzt einfach von mir. Ich persönlich fühle mich im Moment einfach lost. Und so richtig sensibel auf alles. Und ich bin sonst auch sensibel, das erzähle ich ja oft. Aber jetzt ist einfach eine andere Liga. Jetzt ist so, jemand könnte ein Wort sagen und ich würde sofort an meiner ganzen Existenz zweifeln. Und... Ah, der Merlin läuft rum. Und es ist irgendwie... Ich habe das Gefühl, es ist ein bisschen, weil ich eine Zeit lang alleine zu Hause bin. Das ist jetzt keine Einladung für irgendwelche creepy Leute, um hierher zu kommen. Ich sage das eben eigentlich nicht so gerne, aber ich habe das Gefühl, im Podcast... Ja... Ist es weniger schlimm, als wenn ich das jetzt auf TikTok sagen würde oder so. Aber es ist halt... So, wenn man wirklich alleine zu Hause ist und ich weiss, ich habe auch ein Video darüber gemacht und so ein bisschen darüber lustig gemacht und haha, Leute... irgendwie... crazy, unangenehm und so. Aber es ist halt for real... dass du so viel Zeit zum Nachdenken hast, wo du einfach alleine bist. Also für mich persönlich, weil... Ich meine, ich habe ja jetzt auch nicht... Ich muss ja nicht arbeiten gehen, ich habe ja nicht einen geregelten Ablauf. Es ist nicht, dass ich den ganzen Tag keine Zeit zum Nachdenken habe, sondern ich habe halt mega viel Zeit, weil ich ja eigentlich meinen ganzen Alltag selber strukturieren kann und einfach dann etwas machen kann, wenn ich Lust habe. So, das ist halt... der Inbegriff von meinem Job. Und es ist eh Sommer, Leute haben Ferien, vielleicht könnt ihr darum auch ein bisschen relaten. Und... Ich habe mir schon einfach aufgefallen in dieser Zeit, bis jetzt, dass es halt so... viel einfacher ist, wenn jemand oben ist, weil du hast immer... Also ich meine, mit meiner Mutter... Ich wohne ja mit meiner Mutter zusammen, allein. Und... Ich habe halt immer zu ihr gehen, irgendeinen Scheiss gemacht. Es ist nicht, dass ich mit ihr über meine Probleme rede. Oder so. Ich sage einfach, ja, schauen wir etwas zusammen. Und dann sitzen wir an und schauen vier Stunden Netflix oder so. Und dann ist das halt mein Zeitvertrieb und ich muss nicht so viel nachdenken. Und das ist mir jetzt wirklich mega schwer gefallen. Und ich bin halt auch jemand, der sich verdient. Also ich kann unendlich lange weitermachen. Es ist nicht, dass ich irgendwann fertig Gedanken hatte. Es geht dann weiter und weiter und weiter. Und am Schluss... Ich bin dann an einem völlig anderen Ort, als ich eigentlich angefangen habe. Und ich komme überhaupt noch weniger draus. Und es ist nicht so, dass ich irgendwie durch meine Gedanken und meine Probleme löse und denke so. Ah ja, stimmt. Ja, jetzt ist es gut. Sondern es ist so... Es ist einfach extrem negativ alles. Eben, wie ich gesagt habe, so... Im Moment zweifeln einfach mega so. An mir selber. Und... Vielleicht hilft das jemandem, wenn ich das einfach so offen sage. Weil... Ich glaube... Auch bei mir sieht es eigentlich so aus, als hätte ich so mein Shit together. Und logisch... Alle wissen, ich bin chaotisch und so... Trotzdem irgendwie sensibel und bla 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 so. Aber schlussendlich, glaube ich, wirkt es gleich so, als hätte ich... Einfach mein Scheiss irgendwie trotzdem im Griff. Aber ich habe es überhaupt nicht im Griff. Und ich möchte heute einfach ein bisschen drauflos labern, basically, über diese Ängste und solche Gedanken, die ich habe. Einfach, weil ich mich immer extrem damit identifizieren kann, wenn das jemand anderes macht und mich mega verstanden fühle. Und mir das schon öfters mal ein bisschen weitergeholfen hat, als einfach der ganze Rest... Von wegen... Einfach so Scheiss, die einen einfach noch schlechter fühlen lässt. Und als wäre man wirklich die einzige Person auf der ganzen Welt, die das Leben nicht im Griff hat. Aber... Haha, Plotwist. Alle sind lost. Und vor allem in unserem Alter. Also so... In meinem Alter. Ich weiss ja nicht, in welchem Alter du gerade bist. Aber... Die Mehrheit von uns ist im gleichen Alter. Es ist einfach jetzt so eine Zeit, wo... mit mega viel Unsicherheit für alle verbunden ist. So... Keine Ahnung. Alle sind in einem völlig anderen Abschnitt. Leute studieren. Leute machen das Zwischenjahr. Leute sind am Reisen. Leute haben keine Ahnung. Sitzen zu Hause und machen gar nichts. Leute sind depressed. Leute haben gerade die beste Zeit des Lebens. Leute sind viel im Ausgang. Leute gehen gar nicht mehr raus. Es ist so... anders, was wir alle gerade machen. Ich meine, früher... Wir sind einfach alle in die Schule gegangen. Alle am gleichen Ort. Und alle sind nach der Schule vielleicht Fussball spielen oder die andere ins Palette. Und... Aber es hat nicht viel Variation gegeben in dem Sinn. Und... Jetzt ist es einfach so... voll unklar, was der richtige Weg ist. Weil es so viele verschiedene gibt. Und mir persönlich ist... wie sagt man denn? Macht das mega zu arbeiten. Weil... ich halt gerne so eine Struktur habe. Obwohl ich verdammt unordentlich bin und so. Aber ich habe es eigentlich gerne, wenn ich weiss, was läuft. Und so... Kontrolle über die Situation habe. Und ich habe das Gefühl, in dem Alter, wo wir jetzt sind oder wo ich jetzt bin, gibt es einfach so viele Sachen, die du nicht kontrollieren kannst. Du musst es einfach auf dich zukommen lassen. Und ich finde das so schwierig. Also ich sage immer so meinen Kolleginnen, Bro, ich wäre am liebsten einfach... Legit 35 Jahre alt. Schon verheiratet. Und habe schon das halbe Leben durchgespielt. Weil ich einfach so nicht darauf klar komme, wenn ich etwas nicht beeinflussen kann. Und ich weiss ja nicht, wie es rauskommt. Und... Einfach... Ja, das macht mir zu arbeiten. Ich weiss nicht. Aber... Und man merkt auch, es ist für mich mega schwer, über das zu reden. Also es... Es macht mich mega emotional. Alter. Aber ich will trotzdem darüber reden. Ich bin mich am anstrengen. Mein Nachbar läuft gerade an meinem Fenster vorbei und wird reinschauen. Hoi! Seht ihr, wie schnell ich meine Stimmung wechseln kann, wenn jemand kommt? No one's ever gonna know, dass ich am strugglen bin. Nein. Ähm... Eben so das... Ja, man weiss nicht, wie es rauskommt und so. Und eigentlich sollte man ja... Bewusst sein, dass... Hey, es ist ja mega cool, dass ich... Also es hat auch eine gute Seite, dass ich nicht weiss, wie es rauskommt. Weil es könnte so viel besser werden, als man sich gedacht hätte. Und ich meine, das kann man sich zum Beispiel auch jetzt... An meinem Fall-Bispiele anschauen. Es ist ja eigentlich crazy. Ich als Kind hätte ja nie gedacht. Ich meine, ich habe ja immer so YouTube-Sachen und so mega cool gefunden. Und ich habe ja eben auch so mega viele Videos aufgenommen selber und einfach nirgends postet und so. Und das wäre so mein Traum gewesen. Aber habt ihr das Gefühl, ich hätte wirklich gedacht, dass ich mal erwachsen... Also... Und Geld verdiene damit und mega viele tolle Leute habe, die mein Zeug schauen und so. Blablabla. So, nein! Nie im Leben! Und das ist eben das so. Du weisst es nie und es kann so viel besser werden, als du es dir vorstellst. Aber ich glaube, es ist eben mega gefährlich, wenn man so ist wie ich und sich es eben gar nicht... Also ich denke nie daran, was ich alles erreichen könnte und so crazy und so gut. Und... Sondern ich denke immer so, oh mein Gott, ich werde das verkacken. Oh mein Gott, das ist... Und ich habe das Gefühl, mit dem Mindset tust du es halt legit auch einfach selber sabotieren. Also so... Kannst du mir nicht sagen, dass etwas Gutes dabei rauskommen kann, wenn ich selber schon nicht daran glaube. Irgendjemand muss ja daran glauben. Ich glaube, es hörst schon niemand an einem, meistens. Wenn man es dann selber auch nicht macht, dann ist man einfach komplett lost. Und darum... Ja, ich muss jetzt einfach ein bisschen... Ich glaube, es kommt immer so einen Tiefpunkt, wo... Vor dem merkst du eigentlich gar nicht so recht, dass es dir gerade vielleicht wirklich nicht so gut geht. Oder dass es einfach gerade viel los ist und so. Sondern man lenkt sich ab, man merkt es nicht so. Man denkt einfach so, ja, ja, das ist normal. Also es ist ja auch normal. Aber ich meine so, ja, ja, das ist nicht anders als sonst. Und hm, ja, ich bin einfach so. Und dann irgendwann geht es dir wirklich mal kurz scheisse. Und dann ist das so ein bisschen so ein Wake-up-Call. Also scheisse, ich muss wirklich jetzt etwas machen. Selber. Weil eben, wenn man es selber nicht in die Hand nimmt, vergessen, so... Ich weiss, mich holt niemand hier raus und niemand kann mir helfen. Weil es ist ja alles eigentlich einfach nur ein Problem von Unsicherheit. Und das ist ja so ironisch. Ich sitze hier vor einer Kamera und spreche über meine tiefsten Sorgen eigentlich. Und habe kein Problem damit. Und zeige irgendwie so Sicherheit auf, die vielleicht viele andere Leute nicht haben. Aber gleichzeitig... Und wir geben so viele Leute so viele Komplimente am Tag. Und ich bin sicher für viele irgendwie so eine komische... fast schon so eine... einfach... so eine... so eine... so eine Figur. Nicht so ein Mensch, sondern so eine... so eine Figur, die mich ein bisschen höher stellt. Und das merke ich halt im Alltag auch viel. Weil das Leute mich sofort so irgendwie als etwas Besseres gesehen haben. Und so etwas, was ich überhaupt selber nicht finde. Oder auch niemals probiert irgendwie so zu vermitteln. Also sorry, falls das der Grund dafür ist, weiss ich auch nicht. Aber eben so, ich werde oft sehr gut angesehen von aussen. Und dann sollte man ja eigentlich denken, dass mir das auch ein bisschen einen Boost gibt oder so. Und das stimmt schon. Also es... 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 Es würde mir sicher noch schlimmer damit gehen, wenn ich so... denke würde so... Niemand finde mich cool. Ich weiss manchmal so Leute finde mich zum Teil cool und so. Aber ich finde ja dann immer einen Weg, um mich daraus zu reden. Ja, die Leute kennen mich ja auch nicht in real life. Ja, die Leute wissen ja auch nicht, was ich sonst noch so habe. Ja, die Leute wissen ja auch nicht, was ich sonst noch so habe. Die Leute wissen gar nicht, wie scheisse... Also weisst du... Also ich finde... Wenn man insecure ist, findet man immer einen Weg, um sich runter zu reden und um es wieder zu entvalidieren, wenn etwas Gutes kommt. Und das ist also mein grosses Problem, dass ich einfach unsicher bin mit mir selber. Und das merkt man vielleicht erst in gewissen Lebensabschnitten. Es kann sein... Und das ist halt dann noch schlimmer, wenn du eigentlich denkst, ah, irgendwie bin ich selbstsicher und irgendwie habe ich es ein bisschen im Griff und so. Und ich bin auf jeden Fall schon besser als früher. Aber dann fickt es dir so ins Gesicht. So... Nein, das war völlig falsch Ausgedruck, sorry. Aber dann kommt so ein Schlag ins Gesicht, wo die Realität einfach nochmal kurz sagt, Bro, nein, du bist überhaupt noch nicht selbstsicher. So chill mal. Du bist... Du heulst, wenn dir jemand sagt, kannst du bitte kurz ruhig sein? Das ist für mich schon zu viel. Das ist für mich schon so viel Rejection. So viel, du bist nicht gut, du bist so... Wieso, wieso muss ich ruhig sein? Darf ich nicht mehr reden? Weisst du so... Bro, die Person fragt einfach, ob du kurz ruhig sein kannst, weil sie sich konzentrieren muss oder so. Es ist einfach... Keine Ahnung, ich habe das Gefühl, ich bin so ein bisschen stuck in so einer Opferrolle in meinem Kopf. Weil ich einfach das Gefühl habe, ich gebe mir so viel Mühe und trotzdem geht es einfach schlussendlich nicht so auf, wie ich will. Und... Es hat sicher auch viel mit meinen Erwartungen zu tun. Also... Ich habe halt... Es ist nie etwas gut genug, was ich mache für mich selber, weil ich sehr hohe Ansprüche habe. Und dann kannst du auch nie das erreichen. Also wenn realistisch gesehen, geht das alles gar nicht, was ich von mir selber erwarte. Und... Vielleicht mache ich das auch unbewusst extra, wenn wir so komische Ziele setzen. Oder... Auf eine gewisse Art von Leuten gesehen werden, die unmöglich sind. Zum Beispiel... Man kann ja nicht allen gefallen. Aber... Wir... Also in meinem Kopf ist das trotzdem eine Option. Du kannst schon allen gefallen, du musst nur rausfinden. Wie? Und ich setze mir so Ziele, die bewusst fucking unerreichbar sind, damit ich nie zufrieden sein kann. Weil ich will, ich kann gar nicht akzeptieren, zufrieden mit mir selber zu sein. Weil... Ich mich selber gar nicht so sehe. Das ist genau gleich... Es bringt mir gar nichts, wenn Leute mir Kompliment geben und so. Weil ich es selber nicht akzeptieren kann. Weil ich immer eine Ausrede finde. Und immer... Nein, das stimmt nicht. Die Person sagt das nur. Nein, ich kann die Person gar nicht ernst meinen, weil sie mich gar nicht kennt. So. Und genau gleich ist es... Wenn ich selber etwas erreiche, dann sage ich, ja, aber es ist eigentlich gar nicht so gut gewesen. Oder... Ja, das hätte jeder andere auch können. So. Nie sich selber Credit geben und... Ah, immer sich selber so versauen. Das ist eigentlich der grösste Punkt von allem, dass man es sich einfach selber versaut mit dem... Ja, ich bin so eine Arme. Weil schlussendlich, es kommt so auf das heraus, dass ich einfach... Irgendwie... bis jetzt auf jeden Fall, aktiv etwas dagegen mache. Lieber bin ich in meiner Misery und... Ich denke mir so, ja, ich bin so eine Arme, als dass ich... Irgendwie... Arbeit drin stecken muss, um es irgendwie zu ändern. Weil es ist ja wieder... Scary. Es ist unheimlich, wir müssen den Schritt nehmen und irgendwie... Zum Beispiel... Mit sich alleine klarkommen. Genau gleich jetzt, dass alleine zu Hause sein. Das ist ja auch so eine... Eigentlich so eine Challenge, so... Was mache ich daraus und... Schaffe ich es vielleicht ein wenig comfortable damit zu sein, mit dieser Situation und mich irgendwie selber zu belustigen? Und nicht immer abhängig sein von irgendeiner anderen anwesenden Person? Oder liege ich da und heule den ganzen Tag? Bis jetzt war es eher das Zweite, aber langsam gewöhne ich mich auch daran. Und langsam sehe ich auch so, ja, ich muss jetzt einfach... Ich muss jetzt etwas machen. Ich muss mich beschäftigen. Ich muss rausgehen. Ich muss einfach etwas machen, auch wenn ich eigentlich... Im ersten Moment keine Lust habe. Im Nachhinein denke ich so, ja, jetzt ist es gut. Ich habe etwas gemacht. So. Und... Ich glaube, das ist... Ich glaube, ich habe schon vorher angefangen, das zu sagen. Ich weiss nicht, ob ich es wirklich ausformuliert habe. Aber ich glaube, es kommt einfach so ein Punkt, wo man einfach kurz ins Loch gehen muss. Und... Und... ...dennach... ...hoffentlich dann... ...ein bisschen weiterkommt und checkt so, okay, jetzt ist einfach fucking fertig. Jetzt! Man muss wie so an so einen unaushaltbaren Punkt kommen, wo man wirklich so... Sorry, Alter! Jetzt! Jetzt einfach nicht mehr! Weil eben so... So ein bisschen traurig sein oder so ein bisschen nachdenken. Also das haltet ja jeder aus. Es ist so, ja, ja. Aber wenn wirklich irgendwann... Nein! Nein! Und ich bin jetzt an diesem Punkt und... Ich habe euch auch keine Tipps zu geben in dieser Folge. Obviously, Alter, weil ich gerade selber fett am strugglen bin. Es ist wirklich nur eine chaotische Folge jetzt, weil... Eigentlich fühle ich mich nicht danach, überhaupt eine Podcast-Folge zu machen. Weil... Ja, weil ich einfach irgendwie traurig bin. Das ist jetzt verdammt komisch auszusprechen, aber ich bin legit einfach ein bisschen traurig im Moment. Ähm... Und... Ich will ja auch nicht da sitzen und... Leute! Das ist mein Tipp für blablabla. Wenn ich mich selber so fühle, als hätte ich keine Tipps zu geben, weil ich... Also... Eben... Es ist genau das so. Also, darum... Es ist für mich sowieso alles ein bisschen verzwickt, wenn es mir halt nicht gut geht. Dann... Kann ich ja wie alles andere in meinem Leben auch nicht richtig ausführen. Es ist nicht, dass ich trotzdem aufstehen muss am 6 Uhr am Morgen und in irgendein Scheissgeschäft... Hocken muss ins Büro und das über mich ergehen lassen muss. Ist ja eigentlich auch cool, oder? Dass ich das nicht muss. Weil... Ich will mir gar nicht vorstellen, wie das ist, wenn du dann einfach den ganzen Tag irgendwo... Deinen Arsch abschaffen musst. Und dann... Und es dir dann nicht scheisse... Also äh... Dann nicht gut geht. Aber... Ich habe wie so... Ich bin ja... Meine Rolle auf Social Media ist lustig sein und... Leute selber zum Lachen bringen und so. Und wenn ich selber nicht in dem Mindset bin, dann kann ich halt wie das auch nicht machen. Das ist ein Aspekt von meinem Leben, den ich aber gerne mache. Und den mir Freude bereitet. Und das so mein eigenes Ding ist. Wo man niemand wegnimmt. Und wo ich wirklich ausnahmsweise von niemandem abhängig bin. Und nicht so warte, bis jemand etwas mit mir macht. Und das ist mein eigenes Ding. Und wenn ich das nicht machen kann, bin ich auch noch mehr lustig. Was mache ich denn? Weil ich will es ja nicht machen, wenn es mir nicht danach ist. Weil es kommt dann auch nicht so über. Ich will ja nicht... Ein Hampelmann spielen vor der Kamera. Und nachher... Legit zwei Minuten nachdem ich die Kamera ausschalte, bin ich am Heulen oder so. Das... Geht einfach nicht. Und... Darum ist es für mich wirklich so... Jetzt wichtig, dass ich irgendwie etwas dagegen mache. Und ich hoffe vielleicht ist das für dich... Falls dir vielleicht auch nicht so gut geht oder so oder... Das wäre das nächste Mal, wenn du mal an diesem Punkt bist, so ein bisschen ein Ansporn. Dass wir nicht vergessen dürfen, dass wir halt auch legit selber etwas machen können. Logisch. Es kommt immer darauf an, wenn du jetzt eine psychische Störung hast und so weiter und so fort. Dann kannst du nicht einfach mal selber etwas machen. Aber dann wäre es wie selber etwas machen, dir Hilfe zu suchen. Also das sieht ja für jede Person anders aus. Ähm... Aber Hauptsache, man realisiert es so etwas. Ich will nicht... Nur weil niemand darüber redet, dass wir dann alle einfach so rumlaufen und über uns gehen lassen. Und so... Ja, jetzt geht es mir halt so. Hm, ist halt wohl so. Und darum mache ich jetzt die scary Folge und rede darüber. Ich bezweifle, dass ich einen Ausschnitt von diesem werde rausschneiden für TikTok und so. Ich mache ja eigentlich meistens so Ausschnitte, damit halt der Podcast mehr Visibility bekommt. Aber die Folge bleibt einfach wirklich vergraben. Ähm... Ich will auch gar nicht... Also es müssen jetzt... Das ist etwas Mühsame, wenn man Leuten sagt, dass es einem gerade nicht ideal geht. Ist so... Dann fühlen Leute sich so verantwortlich, dir irgendwie zu helfen und so. Und darum denke ich, sagen auch viele Leute Friends und Familie und so nichts. Weil... Man weiss... Schon bevor die Leute etwas sagen, es wird mir wahrscheinlich nichts bringen. Weil... Es ist ja wie, wenn dir einer sagt, ja, der Typ ist nicht gut. Aber du bist ja trotzdem in ihn verliebt. Du wirst selber auf die Fresse fallen, um zu checken, ah, das war wirklich nicht gut. Du hörst ja nicht einfach auf deine Kollegin und machst Schluss. So, das ist... Genau das. Wenn es einem schlecht geht, dann will man gar nicht hören. Weil dann... Du willst einfach... Du willst einfach auch in diesem schlechten Gefühl irgendwie sein. Und... Und vielleicht ist man jetzt wie nie so irgendwann ready, darüber zu reden. Und auch Hilfe annehmen oder Tipps oder irgendwie darüber zu reden. Aber... Eben, was eigentlich mein Punkt ist, ich will jetzt auch nicht, dass Leute... Also niemand muss mir jetzt helfen. Oder irgendwie... Meine Freunde, die das hören, fühlen euch nicht schlecht. Und... Es ist alles so... Also im Grossen und Ganzen... Alles okay. Es ist jetzt nicht, dass ich über den Mond stirbe. Aber... Es ist einfach mehr so die Realisation, dass... Dass es noch viel zu machen gibt. Ähm... Und falls ihr euch vielleicht fragt, was ist der Auslöser oder so... Ich denke, es gibt nicht so... Es ist nichts passiert. Es ist nicht eine Sache. Sondern ich glaube, es ist einfach so eine... Akkumulation... Von... Ganz vielen Sachen, die ich nicht kontrollieren kann. Was mich ja eben sehr stört, wenn ich das nicht kann. Ähm... Was ich jetzt einfach akzeptieren muss. Und... Mich so unsicher fühlen lässt. Weil ja... Das ganze... Mein ganzes Leben im Moment eigentlich sehr unsicher ist. Also... Zum Beispiel jetzt das ganze Social Media Ding. Du weisst nie, wie es rauskommt. Du weisst nie, wie es läuft. Mit dem Studium habe ich ja jetzt auch gepausiert. Ich weiss, ich werde keinen geregelten Alltag mehr haben. Dann... Logischerweise, wenn man etwas abbricht oder so... Nicht weitermacht, fragt man sich immer... Ja, ist das jetzt eine falsche Entscheidung gewesen? Ist das die richtige Entscheidung gewesen? Was will ich überhaupt? Will ich überhaupt vielleicht nochmal Psychologie... Dann machen? Oder will ich etwas anderes machen? Wie finde ich heraus, was ich machen will? Soll ich ein Praktikum? Einfach so... Ah, meine Tierchen werden alle alt. Nosira ist auch plötzlich einfach so gestorben. Ohne, dass man es hätte wissen können... Hm... Wird jetzt echt demnächst nochmal so etwas passieren? Weil das sind so Ängste, die ich dann einfach wirklich entwickle... Wo ich das Gefühl habe... Fuck, das ist ja jetzt passiert. Das heisst, es wird nochmal passieren. Oder... Leute werden mich verlassen. Freundschaften werden auseinander gehen. Kann ich etwas dafür? Hätte ich etwas anderes machen sollen? Meine Freunde sind vielleicht nicht mehr so die gleichen wie auch schon. Es ist einfach so... Es ist einfach... Alles außerhalb meiner Kontrolle. Und das stresst mich. Ähm... Und ich glaube, es ist auch fair, einfach mal zu sagen... So... Ja... Ich weiss eigentlich auch gar nicht, wieso es mir schlecht geht. Und das habe ich jetzt wochenlang meinen Friends... Also so... Meinen Friends schon betrieben... So vielleicht zwei Kolleginnen... So... Irgendwie... Ich weiss nicht, was los ist. Irgendwie fühle ich mich nicht so wohl. Und jetzt... Ein paar Wochen später... Merke ich langsam so... Digga... Es ist alles nur, weil ich so unsicher bin. Ich habe wirklich das Gefühl, meine Existenz... Gibt es nicht... Ohne andere Menschen. Wenn... Wenn ich keinen Freund habe... Wenn ich keine Kolleginnen habe... Wer... Was wäre ich denn? Was... Was bin ich, wenn ich da alleine zuhause habe? Nichts. Ein Heufelchen Elend. Und das ist einfach... Ja... Scary. Und ich glaube... Eigentlich würde es vielleicht viel mehr Leuten so gehen, wenn sie... Die Zeit hätten, um... Daran zu denken. Und zum Glück... Ist das ja nicht so. Ich meine... Ich wünsche ja niemandem, dass es... Leuten so schlecht geht. Aber ich meine... Ich glaube, es sind ganz viele so unsicher, dass es eigentlich völlig crazy ist. Und ganz... Ganz schlimm ist. Und... Und dass man ganz viel Bestätigung von aussen braucht und so. Aber man hat halt so viel Ablenkung, dass es einem nicht so bewusst wird... Werden muss. Irgendwie. Ähm... Darum... Ich glaube, ich bin nicht alleine mit dem. Jetzt habe ich gerade Korbs gehalten. Also Pizza-Paguette gegessen. Aber... Ich glaube, bei mir fällt es mir einfach sehr schnell auf. Weil ich habe die ganze Ablenkung nicht. Ich habe... Ich bin wirklich einfach so... Fucking... Als wäre ich in so einem... weissen Polster-Raum. Und müsste einfach mit meinen Gedanken klarkommen. Ja... Darum... Was will ich noch sagen? Ich glaube, das ist einfach mehr so... Die Folge... Es ist mehr... Vielleicht war das einfach ein grosses Live-Update. Ähm... Ja... Aber eben... Es ist nichts passiert. Es ist jetzt nicht so... Wow... Was... Bist du noch mit deinem Freund zusammen? Oder so... Das ist... Immer so das Erste, wo die Leute fragen... Bro, es ist deeper als das. Das hat nichts mit dem zu tun. Aber das wäre natürlich auch sehr schlecht. Alter... Das ist nämlich... Alle insecure Leute wissen, wenn man Schluss macht. Das ist so das Schlimmste, weil dann bist du so... Oh... Ich bin nicht gut genug gewesen. Darum, ich muss das jetzt for real, for real in den Griff bekommen. Alter, ich muss jetzt... Ich... Ich weiss nicht, was man macht, um... Um die... Tiefe, tiefe Unsicherheit weg zu bekommen. Ich glaube, es hat so etwas zu tun mit den Basics. Wasser trinken, gesund essen und Sport machen. Und Sachen machen, die man gerne macht, ohne andere Leute. Aber Leute, da bin ich sehr limitiert. Da bin ich wirklich... Das Leben ist einfach lustiger, wenn man mit anderen Leuten ist. Aber ich glaube, das ist auch fair. Ich habe heute auch mit einer Kollegin darüber geredet. Und... Dass es... Dass man immer so abhängig ist. Und man... Auch wenn du Single bist, du hast immer so ein bisschen einen Crush. Man hat immer jemanden, den man toll findet. Kann man überhaupt ganz alleine sein? Und dann hat sie gesagt, ja, aber es ist ja irgendwie... Also ich brauche das. Ich finde das schön, wenn ich... Das macht das Leben so viel spannender und schöner. Und ich gehe gerne an Orte an, wo ich weiss, die Leute sind dort und so. Sonst wäre es ja mega langweilig. Und das ist ja auch fair. So... Du musst ja das Leben nicht alleine leben können. Aber... Alltäge... Eine kurze Zeit alleine im Haus wohnen. Ohne gerade zu sterben. Das wäre ja schon mal... Ein Vorteil, oder nicht? Ja. Ja, ich hoffe, ich habe irgendjemandem... Ein bisschen helfen mit dem Scheiss. Sonst habe ich mich einfach für nichts entblößt. Im Internet. Wenn ihr daran denkt, dass der Podcast im Internet ist. Der Podcast ist für mich einfach nur Spotify. Und Spotify geht auch ohne Internet. Haha. Ja. Egal. Let me know, ob ihr euch auch schon mal so gefühlt habt. Was ihr dazu denkt. Ob ihr vielleicht... Es hört ihr ja auch. Es hört ihr im Fall noch recht viel. Verhältnismässig. Weil sonst hat es ja sowieso nicht so viele ältere Leute. Auf Social Media und so. Aber es hört noch relativ viele erfahrenere Leute, würde ich jetzt mal sagen, zu. Weil sie finden, ich gebe ihnen so Tipps, oder zeige ihnen so... Was so die Jungen denken und so. Jetzt könnt ihr mir mal fucking zeigen, wie ihr so lange in diesem Leben überlebt habt. Ohne eine Krise zu schieben. Und irgendwie so... Ja, erwachsen werden und einfach seinen eigenen Shit machen. Das ist verdammt schwierig. Wirklich Props an alle erwachsenen Leute, die so for real, for real erwachsen sind. Ja. Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch nicht zu fest runtergezogen. Ähm... Ehm... Weil... Ich mache mir immer so ein bisschen Sorgen mit so negativen Content... Posten. Weil ich will ja eigentlich eben so... Gute Vibes... Für Dinge. Also lustige wenigstens. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Ähm... Aber... Ja... Es ist mir am Herzen gelegen, das mal ehrlich zu kommunizieren. Und... Und... Ja... Wir sehen uns hoffentlich nächste Woche, falls ich ein Thema habe. Aber... Falls nicht... Dann will ich auch keine Folge erzwingen. Also... Vielleicht kommt erst übernächste Woche eine Mal... Uh! Aber nächste Woche... Uh! Nächste Woche bin ich im Tessin. Ja... Mal schauen. Vielleicht kommt ein Erfolg mit der Nati und Co. Haha... Mal schauen. Ähm... Ja... Peace out, meine lieben Freunde. A, meine lieben Freunde! Über diese Seite hat ihr immer nochmal kicked. Deine honestly? Da!